Sex-Bombs, Sex-Bombs, Björn, Sex-Bombs Ich vergewaltige deine Scheißfresse! Du, was für Fick ist passiert? Ich bin hässlich und ich bin stolz! Ich bin hässlich und ich bin stolz! Das mit dem Stolz ist mir neu! Clementine! Du bist scheiße! Caillou! Ich hasse dich! Ich hab ne Bruchlandung gemacht! Oh! Und als es mir wieder besser ging, hat Mami mir einen Rieseneinlauf gegeben! Cool! Ehrlich, du bist tapfer, Caillou! Tut es immer noch weh? Zuerst war es schlimm, aber jetzt nicht mehr! Ihr seid Schwuchtel! Rosie! Schwuchtel! Sex-Bombs, Sex-Bombs, Björn, Sex-Bombs! Caillou wünschte sich, er wäre genauso groß und stark wie... Marcel Labis! Soll ich dich hochheben? Einen ängstlicher Pussy! Caillou wollte wirklich weiter klettern, aber seine Arme waren müde und taten ihm weh. Und seine Finger konnten sich einfach nicht länger fester machen. Jawohl! Und wie werde ich stärker? Das kann ich sofort beantworten! Soll ich es euch verraten? Ja! Hm! Du weißt schon, Anabolika, du nimmst einfach dreimal am Tag eins von diesen blauen Püppchen und injezierst dir das hier zweimal täglich vor einer Mahlzeit direkt in den Blutkanal. Alter, halt die Fresse, die Cops kommen! Das ist alles deine Schuld, wieso habe ich mich von dir dazu überreden lassen? Das Lied aus der Superperforator-Werbung. Das Lied aus der Superperforator-Werbung. Weißt du, das war mein allererstes Rektan-Thermometer? Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass alle Leute gestorben sind. Ende. Sag mal, schläfst du jetzt schon, Papi? Sag mal, du steckst doch voller Organe, oder? Und du würdest es doch gar nicht merken, wenn dir ein paar davon fehlen, oder? Sag mal, ja? Untertitelung des ZDF, 2020